Einen wunderschönen guten Dienstag. Wir sind jetzt hier wieder bei unserer LOL-Runde. Heute haben wir den Daniel mit an Bord. Ich hab mich ja jetzt hier mittlerweile etabliert. Und ja, mal sehen, was das gegnerische Team uns heute so in den Weg setzen wird. Ja, und die alten Verbrecher von Sonnen sind auch dabei. Knackig. Heute mal als süßes Geschenk. Was mir als allererstes auffällt. Miss Fortune und Ash. Was ist das? Gibt das ein Heimadinger Support und eine Miss Fortune Mitte? Wir schließen Wetten ab. Ich sag Miss Fortune Mitte. Ich sag mir, ähm... Ich wette, dass Lees in den Jungle geht. Okay, Miss Fortune. Ich finde, dass Heimadinger top ist. Und Riven wird supporten. Was? Bist du des Wahnsinns? Ich bin schon ein paar Mofa gekommen. Was sagst du? Chris? Ich tippe immer nach der Quote. Und irgendeiner Dekaree ist unten und irgendeiner Dekaree ist in der Mitte. Haben beide Brüste, daher ist mir das egal. Was? Also was gegen Brüste? Wir haben auch Brüste. Glaube ich nicht. Und Daniel auch, wie ich sehe. Das nächste Mal mit Facecam. Wofür will ich eine Facecam, wenn man Brüste haben kann? Ja, aber dann nicht Facecam, dann ist es Brüste. Das wäre doch mal die Idee. Rechts und links an den Rand machst du da einfach überall die Webcam-Bilder dran. Ja, aber ich habe aber noch ein Wörtchen mitzuregen. Von meinen Brüsten? Mhm. Mein Körper gehört mir. Schauen wir dann eine GmbH raus. Was ist das denn? GmbH? Ein GmbH? Hahaha. Da war wohl ein Clown gefrühstückt. Na klar, Thomas Gottschalk. Kennt ihr den? Ich habe eine GmbH, du bist ein GmbH? Gebeite bei Kollegah. Ja, ich höre gerne Kollegah. Was für schlecht. Kommen wir erstmal auf die Idee aus GmbH, GmbH zu machen. Sagt er das Geschenk. Ja, sagt er das Geschenk. Ich weiß nicht, letztes Game oder wann das war. Ich habe ein Geschenk für dich beim Tor. Hä? Du bist reingerannt wie ein Beschloss und direkt instant geschoben. Mit den Worten auf den Lippen. Ich habe ein Geschenk für euch. Chris, komm mal her zu mir. Du musst gleich mir ein bisschen helfen. Lass ihn auch umschauen. Schaffst du es wieder nicht alleine? Natürlich. Du bist ein bisschen ein scheiß Geschenk, Alter. Ähm, ähm, Prinz, stell dich lieber da hin. Da vorne. Dass wir sehen, wenn die Gegner kommen. Du bist quasi unser Scout. Ja, da ist gut. Du wirst dich quasi opfern müssen, Chris. Krass, Quatsch. Opferlamm? Du bist nur ein Opfer. Ähm. Mach auf Level 2 anstatt auf Level 3 den eh schon. Und dass du ihn früher zur Verfügung hast. Das mache ich immer auf Level 2. Eine gute Idee. Aber hey. Mensch, muss man gar nichts mehr sagen. Langweilig. Ach, ach. Prost. Wir sind vorbei. Äh, Prosi, äh, Prosi, der hier müdlich steigt. Dienstagmorgen, 10 Uhr. Und wir trinken ein Bier. Oh. Oh. Ja. So ist das halt. Das ist, wenn man nicht mitdenkt. Ja. Was denn heißt auch, kein Bier vor vier. Ja, kein Bier vor vier. Was hier Dienstagmorgen? Also wenn ich nach draußen gucke, sieht das ganz schön dunkel aus. Ja, morgens ist es auch dunkel. Ja, auch sehr gut. Hau, ey, hau. Ich hoffe, dass es mal wieder hell wird im Sinne von Sonne. Okay. Okay, weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Danke. Okay, mit Fortune. Bottom. Ahm. Wenn du den Burstie richtig auf den Sack gehen willst, ne? Dann klaust du ihm das nächste Mal den Blue Buff. Dann freut er sich. Wenn du oben war, wir haben zwei Affe, äh, 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 weiß schon oder? Was haben die vor? Zwei AD-Carries hier. Ultimate Bravian. Bravian, so. Bravian. Ja. Bravary. Mein ich ja. Natürlich nicht. Ich hab schon ein Lasted. Bye. Wohin gehen wir ja? Acht. Oh, Future, was geht denn da ab? Wenn ich Level 4 bin, komme ich ganken. Oh, und Ash haben wir auch hier unten. Ja. Ja, Meiger ist wirklich, Heimerdinger ist wirklich beeilen. Warum? Ich hab die gleich alleine kaputt. Ja, okay, dann machst du die alleine kaputt. Dann mach doch mal Spaß, du zwei. Nein. Ist okay. Äh, irgendwie pusht er meine Zähne. Ja, ist schon drin, kein Problem. Dann alles automatisiert. Ja, ich glaube, ich geh dann doch gleich Mitte. Ja, mach das. Top ist miss, weil Top ist back. Spiel doch mit mir. Mit Seele. Du. Ich scheiß jetzt mal auf den Red und dann geh ich mal direkt auf ihn. Hau ihm auf den Rücken. Bist du bereit zum Töten? Äh, Börse, apropos. Apropos, hau ihm auf den Rücken, ne? Ja. Wenn du jetzt planst, häufiger Amumu zu spielen, bitte kauf dir eine Wetter-Skin. Hahaha. Warte. Jetzt brauchen wir nicht Amumu. Nein, nein, frecke. Nein, 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 nein. Ich töte ihn am Tower 3. Oh nein, oh, listen, 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 listen. Weißt du, das war's jetzt für dich, ne? Listen, nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das war's für mich, jetzt sterbe ich auch. Fuck you. Ich habe's geschafft, ich habe's geschafft. Sehr gut. Ach, du Scheiße. Es wird lustig, gell? Mega lustig. Und es ist ein Dauer, die sind ja ein Dauerfuggen, weil die sich glaubten, die Lars ins Kloppen. Perfekte Voraussetzungen. Agulis, sag du Saugen. Hä? Hä? Die sind ja am Dauerpushen. Ich merk schon. Mitte und die spielen sehr aggressiv. Äh, Asian Style. Asian. Ich hab den Sack. Komm, Future, Future, mach kaputt. Ne, 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 ne. Ich muss, ich darf da nicht in so'n, aus'm Flow kommen. Wenn ich ein Ding verkacke, dann hat die die Oberhand. Und das weiß sie. Das jetzt. Scheiße. Äh, ich bin top back und so. Würdest du top halten, weil es dir das passt gerade sehr gut mit deinem Red Bug. Oh, Scheiße. Du kriegst auch mehr Erfahrung und so. Damit hab ich gar nicht genannt. Das sieht gerade überall Schicht aus. Jetzt schon. Motivation. Ich hab jetzt ein vampirisches Zepter. Jetzt geht das richtig rund. Konzentration eher. Ich möchte um Inkontinenz bitten. Los, Blasti. Hau ja auf den Rippen. Das heißt, du willst, dass ich eigentlich Geld für das Spiel ausgebe, wenn ich Amomo als Retter spiele. Ja. Okay. Ey, komm, du spielst ihn schon als Geschenk. Ja, ich weiß. Lauf, Chris, lauf, lauf. Äh, Mitte miss. Jungle ist auch noch irgendwo unterwegs. Oh, die Sin ist hier. Ja. Vorsichtig. Äh, mit der Back. Ich versuch gleich mal, Bots zu kommen. Ja, die sind hier. Ähm, Top ist miss. Warten sie wahrscheinlich. Sonst wohin. Wollt ihr jetzt gleich warten, bis die sich wieder ein bisschen vorgepusht haben, oder was? Ja, das wär am besten. Das wär am besten. Dann musst du ihnen nur die Chance dazu geben. Ja, Top ist definitiv weg. Okay. Ja, ist alles in Butter. Haben die hier unten ein Wort? Das ist so eine Sache, ne? Nee, haben sie nicht, haben sie nicht, haben sie nicht. Ach, Quatsch. Zwei AD-Carries. Als ob die sind, die sind doch so lieblich für den Wort. Ganz ehrlich. Ich hab die Riven immer noch nicht wieder gesehen. Okay, warte, Wurzzi, warte. Ja, schnell, schnell, schnell. Noch stetig. Ich krieg sie so. Okay, los. Nein, nein. Ah, doch. Nein, ich hab ihn noch geholfen. Ja, ich hab ihn noch geholen. Das kommt jetzt auch mal Double, gell. Mach der andere wenigstens mit glatt. Also, mehr. Ach, mein, faszin. Ja, schaffen ich. Wie's hinkommt. Wie's hinkommt. Und, drauf. Ist er low, oder was? Kriegt ihr den? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich krieg die Snyder aus der Fähre zurück. Du weißt ja, zieh dich auch zurück. Nein, 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 nein. Mach keinen Schein. Ich krieg den, ich krieg ihn, ich krieg ihn. Hallo, ich hab full life. Kannst du mir Speed geben? Nein. Nee, ist auch akk. Bogen sind verboten. Heimerdinger kommt. Ja, ich weiß. Okay, schade, nice. Ja, lol. Und dann kriegen wir beide keinen Assist mehr. Nein, so muss es doch sein hier. Ist doch tot. Unten beide miss. Ja, sie sind ja beide tot. Pick dich mit dem Stirb. 2, 1, meins. Nicht sagen gerade. Wie sie gerade noch... Wo war sie, die Sinzulette? Beide uns. Tot. Der ist tot. Gut gut, weil sonst hält er es. Wie machen die das, dass die... Okay, die haben etwa ein paar Quick-Gills mehr, ja? Aber... Wie ist gleich mit Chris? Äh... Was kostet ein Ninja-Tabi ohne irgendwas? 850, ne? Sie hat 650. Oder ne? Ohne Einser-Boot. 850, ne? Ich glaub schon. 950. Ich kann jetzt nur nicht in den Shop gehen, weil ich mich in die Last-Eins-Kummern muss. War das schlecht. Wir müssen es eventuell in naher Zukunft, also in sehr naher Zukunft wieder top halten. Ja, komme. Wohin gehen wir? Aber die Creeps noch um? Ich habe die Creeps noch um. Ja, das wird ein Scheiß. Boah, was die für ein Damage drückt, die, Alter. Ja. Oh, 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 scheiße, 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 scheiße. Ihr müsst... Geht weg, geht weg, geht weg. Puh, das war knapp. Warte, 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 versuch, versuch doch was. Wir haben mal was hauern, ne? Alter, wie Agro spielen die denn, man? Ja, es ist hart. Geh weg, Future, geh back. Wenn du kannst, Future, geh mal, dann Bot erstmal. Was soll ich machen? Bot gehen. Den helfen kurz. Ja, gut. Ich muss leider wegnehmen, weil dann kriege ich den Eimer. Es hat 1000? Okay, gut, ich habe gerade 9500. Du hörst, du bekommst die letzte, äh... Bitte. Ja, ja, ja. Unterschätze ich nicht, die macht extrem Schaden. Die Fitte? Die macht auch Schaden, ich habe gerade so Pfeffronienzeug drauf geballert. Ja, die macht gerade ziemlich harte Schaden. Ich bin dort und der schlägt morgen erst voll durch. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, Bot, wenn es rum ist. Boah, krass, krass. Ja, exakt. Zieh ich? Oh Gott, das war richtig schön eigentlich. Aber leider erfolglos. Aber das war trotzdem nice gedacht. In solchen Situationen ärgere ich mich kaputt, dass ich kein Kostefall. Lissin kommt auf euch. Chris, weg, geht nach hinten. Und im MF kommt auch noch. Ja. Die holen wir noch. Ich muss kurz prüfen, ob die holen wir noch. Suchen wir uns Freunde. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß das nicht. Mehr Seelen, ich muss Rüstung haben. Oh, hinter euch, hinter euch. Ich weiß es nicht. Loll. Wo kann der denn herbekommen? Nicht da liegen. Aber der Streit muss schon am Dauer. Ach so, da ist der Boosdienst. Ja, und ihr seid voll surrounded. Ich bin nett. Keiner Fall. Ich bin immer noch kein Level Nett. Oh nein, wir schossen. Und? Fuck, fuck. Ich hab's überlebt, Leute. Bitte. Ja, aber... Oh, hinter dir, hinter dir. Nein, nein, nein. Oh nein. Ich hab's überlegt. Ich hab's überlegt. Er war unnützig jetzt. Das war's tot. Ich hätte besser laufen können. Was passiert hier? Also irgendwie gefällt mir das Spiel grad gar nicht. Das ist das. Kaum spielt man ja nicht so wie man's gewohnt ist, schon ist man voll durch den Mann an. Ich glaub genau das ist der Sender Taktik. Ja. Ja, das ist einfach ungewohnt. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Hoppigaloppi. Yeah, ich hab Ultimatic. Bam, bam. Ist Twisted ein starker Champion? Kommt drauf an in wessen Händen. Der kann extrem scheiß, aber auch extrem gut sein. Rebo zum Beispiel. Der kann nö. Ich bin doch nicht mehr. Ah, ah. Ich finde einen Scheiß. Ich mach's. Ja. Jesus Christ. Ey, wie zum Mann. Komm, den schnappen wir jetzt. Ja, genau. Top ist. Aber sie hat kein Teleport, da kommt sie durch. Da müsste sie laufen können. Äh, Top ist Mitte, ne? Oh, komm. Uchi, ich hab doch meine Ulti jetzt. Super, dass du sie jetzt hast. Ja, ich hab sie auch gedrückt. Ich hab's gesehen. Ich hab mein Bildschirm. Ey. Gut. Least sind 4 Kills. Alles klar. Schönes Ausgang. Achtung, Miss Fortune noch da. Oh, ich bin alleine hier, ne? Oh Gott, wie lau die sind. Hau dann Ulti einfach Stumpf da durch. Ja, das war ne Stumpf of Cool Down. Ja, stimmt. Lauf. Wir haben hier aber vorher Stunden von uns gesagt. Bam, 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 bam. Was ist das denn für ein Spiel? Echt krass, ne? Sehr, sehr, sehr deutliches Spiel. Ey, ich hab's euch gesagt, man. Man muss am Anfang einfach nie sehr krass reinhauen. Komm. Komm. Flash, wenn du kannst. Wir sind jetzt wirklich auf den Turm zwischen uns. Ach komm schon Heimerdinger. Flusha, nein, 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 nein. Alter, wie die über die... ...hundert über die Linie pushen. Boah, Sprungfreundin. Die ist down. Die Ash wird jetzt auch sterben. Komm, tot die Ash. Scheiße. Boah, ich bin wirklich so viel. Mann auf, du. Wir müssen jetzt irgendwas hier wirklich veranstalten. Jetzt kann man nicht weitergehen. Wir müssen jetzt zeigen, wie der Frosch die Locken hat. Ja, der hat Locken. Ja. Müssen wir genau hingucken. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich kann doch nicht mal zum Morden oder so. Ja, die haben da jetzt einmal so Krawall gemacht. Das war's dann auch. Ja, wollen wir's hoffen. Ja. Wir müssen jetzt einfach noch mehr Gas geben, als die sowieso schon tun. Oh, 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 oh. Komm mir entgegen, ich bin hier. Oh, ja, ich bin hier. Haha. Also hier. Und Vollgas. Ich bin da, ich bin besitzt. Super, gut Job. Oh. Ich hab dich doch getroffen, du Drecksack. Super. Hat er das Spiel verlassen. Wir haben uns gerade aufgefallen, dass der Daniel ja abhanden gekommen ist. Ja, ja. Ja, deswegen ist er ja auch da disconnected. Ja, ne, klar. Schluss, Freunde. Hier, zwischen uns. Oh, nein, nein, nein. Weg, 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 weg. Hier, Laterne, 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 Laterne. Wow. Oh, da kam noch was an für uns. Lauf weiter, Flash, wenn du kannst. Die kommen noch. Ganz rechts am Rand entlang. Ganz rechts am Rand entlang. Spiel doch mit mir. Oh, es wird knapp. Es wird sehr knapp. Das Spiel verkacken wir, ganz ehrlich. Wir verkacken das Spiel. Möglich, möglich. Sehr möglich. Damit der Axis kann doch nicht wahr sein, ey. Was haben wir denn hier, wo ich bin? Warte mal, wer ist denn ganz stark gefädelt von denen? Wenn wir nicht sind. Und Miss Fortune. Das heißt, wir brauchen Größtung. Das heißt, du brauchst schnellstmöglichen Sunfire Cape oder ein Frozen Heart. Ich bin grad Frozen Heart am bauen. Da ist doch schon mal was. Einfach der Logos reingehen und nicht so reingehen. Dann wird er das. Naja, aber auch wir müssen irgendwann mal verlieren. Wir können nicht dauerhaft gewinnen, so. Ja. Nicht unbedingt. Wenn der Daniel denn dann wiederkommt. Ja, gut. Ben, ne? Ja, da muss... Einer von euch muss ihn dann switchen. Wir werden das ja merken mit der Endgames. Ja. Ich halt dann mal die Mitte in der Zeit, wa? Ja, warte. Ich komm schon. Ey, ich kann das auch machen. Okay, da kommen zwei Mitte. Stirb doch, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Tut der, tut der, tut der, tut der. Oh, nein. Nein, nein, mein Ding hat unter mir. Boah, wie schade. Ey, das war so gut gedacht von dir. Boah, wie ärgerlich. Du machst voll wenig Schaden, Chris. Ich geh kaputt an der Riven, ne? Also wirklich, innerlich zerreißt mir das ganze Bullse-Chakra. Aber die Riven ist... Riven ist Riven. Riven ist auch nice. Riven. Ist auch cool zu spielen. Ja. Chris, komm mal Mitte. Pretty strong. Heimatlinger und Riven. Erstmal von vorne. Von hinten rein oder von vorne? Erstmal von vorne. Also am liebsten von hinten. Aktiv. Aktiv. Fassi. Nein, nein, aktiv, nicht fassi. Dann ist das in Ordnung. Ich glaube, ich muss da nicht zufrieden sein. Und BAM. Ja. Was ist denn immer Daniel los? Okay, komm rein. Ah nein, ich bin gestahnt. Rein, rein, rein. Nein. Komm, hilf mich, hilf mich, hilf mich, hilf mich, hilf mich, hilf mich. Oh ja. Nein. So gut. Dann lauf einfach. Hätte sich ja kann. Guckt es euch an. Alle miteinander Solo. Morgen. Ja, P-T-Tag. Cool, ja. Nice. Ja. Oh Gott, der Heimerdinger. Du schlampe, du stirbst. Unbeläuft. Tut mir leid, das ist mir so rausgerutscht. Das war nicht böse gemeint. Das war schon später in irgendeinem Teil der Welt. Unbeläuft momentan. Scheiße. Beschissen. Immer noch. Kommst du noch rein, oder? Ja, 50%, äh, 50%. Das schmeckt mir. Lisin, komm. Komm, Lisin, komm. Du willst es. Ich weiß nicht. Okay. Ich find einfach nur Lust. Ich geh grad in den Mecklheimer, hab ich Stammbild. Nice. Das ist doch wunderbar. Wow, Turrets. Alter. Da hab ich ihn. Leute, haut ihn kaputt mit allem, was ihr habt. Ja. Jetzt ist der schon wieder entkommen. Ich geh kaputt da dran. Los, 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 los. Los, los. Los, los. Tu es. NQ, bitte triff ihn. Dankeschön. Sehr schön. So, jetzt lebe ich da unten die Dings. Das war schön. Auch schön anzusehen für mich jetzt grade. Göttlich. Haben wir das im Kasten? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Super. Ja, ich war mit was anderem beschäftigt. Natürlich. Immerhin sind's was anderes. Du hast uns zu viel besterben gestellt. Weg, wo du bist. Weg, unbedingt weg. Nach oben hinweg. Oh, wo lauf ich denn lang? Nein, nein, nein. Lauf, 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 lauf. Kein Problem. Lauf, 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 lauf. Ich kann nicht in den Wald schnappen. So rüber. Oben hin. Wenn, dann oben hin. Warum? Weil das zu gefährlich ist, wenn du da seitlich reinsteig. Eine Fälle bauen. Die kriegst du nicht. Platz so. Die war fast tot. Was willst du? Ja, du bist Level 9. Ja. Das will ich. Ne, weil die war fast tot. Au, da war noch... Halte durch, halte durch. Top kommt zu euch. Ich komm aber auch. Top kommt von hier ungefähr. Halte durch. Wenn dann da rein. Komm aber auch noch. Oh. Die entkommt mir nicht. Hol die jetzt rein, hol die jetzt rein. Wie ist hin? Wie ist hin kaputt? Oh Gott. Nimm die Laterne, wenn einer muss. Oh, ich hab... Nein, Riven. Ich glaub's nicht. Wir können ja die Kerne machen, wenn wir mal müssen. Gott, diese Riven. So, jetzt clear ich aber. Jetzt reicht nicht. Guck dir die Miss Wartchen an. Die ist sowas von reif. Reifer geht's gar nicht. Nein. Krieg jetzt sie. Hier rein. Ah, ich hab meine Ulti-Averzug. Da, über dir. Hier, bitte. Top Tower 4, ja? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war Motivation für mich. Äh, was? Tower? Ja, Tower. Wo auch immer. Top. Irgendwas. Ah. Oh, sie ist tot. Ja, greif mich halt an. Ich mach dich trotzdem kaputt. Danke fürs Gold. Ich wollt meins. Moment. Da ist die Sinn. Oh, komm schon. Ich hab doch mein Crew draufgestellt. Komm, Future, Future, geh mal rein. Ich bin auch da. Was hast du vor? Chris, mach mal ungefähr dein Ulti hin. Ich bin da. Ist cool da und fünf Sekunden. Schade. Drei, zwei, sollte ich immer noch. Ich weiß nicht, wo die sind. Nein, jetzt nicht mehr. Die sind weg. Warte. Die müssen hier eigentlich irgendwo sein, weil die sind nicht am Mord vorbeigekommen. Die müssen hier sein. Ich wette hier drin. Ja, die sind schon weg. Die sind schon weg. Ich schade mich so tot gerade. Das kann doch nicht wahr sein. Mann. Wie? Er steht hinter mir da. Wohin gehen wir? Eigentlich müssen wir uns die greifen, wenn die da rein sind. Wir müssen Mitte deffen, Mitte deffen, Mitte deffen. Oh, hier sind sie. Hier, 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 hier. Hier. Stumpf deinen Ulti durch, Chris. Kommt, kommt, kommt. Jawohl. Hab ich das nur ein Ding bekommen? Ah, ah, ah. Oh, das tut weh. Ey, ich guck mal, ob ich jetzt bis vorgekommen bin. Der liegt Sinn. Der liegt Sinn. Ich raste aus. Nein! Ich geh mit Ulti rein. Ja, danke. Scheiße. Ah, Mann. Weiter, 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 weiter. Jetzt habt ihr die Chance. Nicht alleine. Weiter, weiter, weiter. Einmal zuhassen. Einmal zuhassen. Einmal zuhassen. Chris, nicht die Wölfe. Ja, das musste sein. Die Wölfe ist ja nicht verstanden. Schön. Aber ist egal. Ich habe gerade dreimal Geld bekommen. Haben wir jetzt 50 mehr gekeilt als die? Ja, haben wir. 4 zu 24. Ja, jetzt in dem Fight gerade noch. Ne, 4 zu 4. Das habe ich mir erlebt. Oh Gott. Und der Tower-Selde. Verdammig, der Hux, ich geh kaputt. So, jetzt habe ich eigentlich mal ein bisschen Rüstung. Chris, lebst du? Fast. Okay, dann geh mal auf den Bot. Ja. Ah, warte. Oh mein Gott. Jetzt, Bussi. Nein. Äh. Applaus. Von den Billigen Gästen. Wir müssen, dass wir hier in Teamfight spielen. die ganzen Drecksdaumen mit der Süßpizza-Sauce eingesucht haben. Mann. Komm zurück. Steven. Steven, Steven, Steven. Da ist der gewesen. Da ist der die Menge. Nein. Oh, was legt denn das jetzt so bei mir? Lee Sin, Lee Sin. Oh, oh. Wir müssen jetzt hier entweder weg oder Lisa oder Gina defen. Gib mir das Gefühl. Mann drauf. Ja, okay. Bin dabei. Nein. Alles was geht. Alles was geht. Alles was geht. Weg, 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 weg. Boah, der hat mich weiss getroffen. Du kannst jetzt nicht da rein gehen. Oder doch? Kannst du? Ey. Was ist passiert? Ich hab meine Ulti gesehen. Ich glaub auch, dass die Ulti gekommen ist. Nur die hilft einfach nichts. Also im Gegensatz zu deren Schaden. Soll ich Ninja-Tapis holen oder Magiri sie? Oh. Ehhh. Ninjas auf jeden Fall. Auf. Sorry. Lass doch den Tower in Ruhe, Mädchen. Ja. Komm, 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 komm. Nice. Oh Gott, ich hab's. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Hm. Ah, haltet die Riven auf. Haltet die Riven auf. Ich find die sterben. Hunde dann wurde getötet. Drauf, drauf, drauf. Also dem ist vollständig. Einer noch. Einer noch. Einer noch. Ich glaub das nicht. Schön. Hier, Bossi. Ja, nice. Danke. Er sollte da noch ein Hunde sein. Bei dem war ich spannend. Spiel doch mit mir. Ja. War aber okay. Ach ja. Lass euch immer wieder. Heal mal. Ja. Wenn du kannst. Super, danke. Na gut. Silenz bei dem Team. Ey, jetzt erst recht. Jetzt, jetzt, jetzt hat er was getan, das hätte er nicht tun dürfen. Ich wär's jetzt gewinnen. Was denn? Don't waste your time. Jetzt geht's aber rund. Okay, it's your time. Jetzt. Hört das knacken. Jetzt geht's rund. Ich hab gar nicht den Chat an. Ja, das ist manchmal eine bessere Idee. Aber jetzt geht's rund. So, jetzt machen wir den Chat mal an. Boah. Aua. So was von alles. So was von alles. Warte, ich wurde. Boah, ich will das jetzt gewinnen. Ohne Witz. Er hat erst recht. Nur um am Ende sagen zu können, you should have surrounded. Achto, hier kommt direkt Anna. Hier hin zurückziehen, hier hin zurückziehen. Ich hab kein Ulti, ich hab kein Ulti. Geht weg. Fight it nicht. Zurückziehen. Lauf. 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 Wir müssen als erstes hier die Olle mit dem Shirt fokussieren. Ja, das ist zu schwer. Riven im Fachkreis. Ja, mein ich ja. Komm ich hier noch raus? Bitte, 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 bitte. Nein! Nein! Und tschüss. Und ich hab Ulti, also wir können drauf. Oh, jetzt hab ich das Toe geklackt. Lass mich die Toe jetzt klatschen. Wir machen so viel damage. Schön. Warte kurz, bis wir rauskommen, wo wieder bei dir ist. Wie geht es uns am besten ein akustisches Signal deiner Wahl? Ich hab den nur low life gesuchtet. Ich hab wohl nicht scheiß dran gedacht. Ne, den komm ich schon, den hatte ich gebrochen. Bitte Miss Fortune zuerst, die ist hier. Ich bin alle verloren. Okay, Ash, hier. Oh nein, 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 nein. Okay, check. Miss Fortune, ich hab kein Leben mehr. Ich muss zurück, ich hab kein Leben mehr. Down. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich werde alle sterben. Ich werde alle sterben. Oh, die haben so einen Grundriss. Lauf, 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 ja. Ja, ich werde sterben. Ich treffe nach der Welt. Oh nein. Verdient gestorben. Verdient gestorben. Und Grundriss. Oh, schade. Oh, komm. In dem Moment Ulti und du mitleidest. Ja, ich bin verdient verreckt. Das war schlecht. Das war schlecht. Verdammt. Oh, oh, schade. Oh, oh, schade. Oh, nein. Oh, schade. Weiter, weiter, weiter. Hier, die beiden sind low, Chris. Die musst du killen. Hin da. Oh nein. Hast du noch ne Ulti? Hin, weiter mit E. Mit E, weiter mit E. Fuck. Oh, scheit. Oh, Luina, Luina. Komm, 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 komm. Jetzt aber. Komm schon. Und weiter, und weiter. Der ist viel lower. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Komm, wir drehen das noch. Haut nicht platt jetzt. Weiter, 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 weiter. Alter. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Zu uns. Oh, oh. Sehr schön. Ich glaub, ich sollte, ich glaub, ich sollte Angler werden. Ey, kann einer kurz bei uns die Base mal klären hier von den ganzen Kuben? ja ich bin auf dem Weg ja ich schläbe jetzt gleich, Soraka macht den Schaden Kuckuckuckuck Lass es doch lieber sein du bist vor Fugum kommt ja die machen wir es Achtung, links steht hier um die Ecke direkt ja nicht direkt, kann müssen Wann ist die Fist gekriegt? Was? Wann die Faust fertig ist In 200 Volt Ja gut Zusammen, Basti hinterher, wir müssen Basti hinterher, er muss uns den Weg geilen Hab Vertrauen in ihn Wir gehen jetzt, wir gehen oben, ich hab Ulti, ich hab Ulti Okay, ich bin auch bereit Ja Wann los! Das war Geld los Das war richtig, jetzt haben wir eine Chance Ja, aber wir mussten beide schnell ratzen Okay, Chris, kommen wir entgegen Ja Ich glaube, ich sind wie den Natsen Wo ist ich? Da ist er Und? Vollgas Jawoll, so muss das laufen Mitte, Mitte, Def Ich mach in der Mitte klar und dann gehen wir hier Äh, 2 Deffen, 2 Gen Top pushen Ich spiel doch nicht mehr Hm Ja, ich leblanc, cool Ja, ja, ja Chris, schaffst du das alleine? Wir pushen die Queepwave, wir pushen die nächste Okay Komm, wir pushen direkt die nächste Queepwave Äh, bis in Zeitpunkt, äh, ich meinte 2 Gen Deffen, aber egal Achso, ja, ich seh ja nicht Ja, ich seh ja nicht Ja, ich seh ja nicht Wenn du dein Kruder durchheißt, boah Ja, sie kannst du den Tower tanken Wird schwer, wird schwer, vor allem wenn sie gleich kommt Da kommt Heimerdinger schon Oh Gott, Junge, ich krieg ja gerade über Okay, auf Heimerdinger Warte, wir können den eigentlich wissen, stimmt Ja, der Klaupte ist uns ruhig Scheiße Okay, äh, Blackpauten Die wollen in die Base rein Oh nein, nein, nein Äh, Chris zieht dich zurück hier auf die Plattform Heal dich, schnell Schnell Ah scheiße, Paul, nein, nein Ich hab nur ein bisschen Geld mitgenommen für die Handschuhe Dann bin ich jetzt fertig Alter Scheiße, Riven, nein Die kommen da alle, die kommen alle durch den Jungle Du kriegst den, ich warst, du hast geworfen Versuch du Hush oder Miss Routgen aus Dann bin ich halt Heimerdinger Bin dabei Jetzt nicht mehr Jetzt wieder Hush, Hush ist hier Ich hab keine Ulti Ja Ich hab vier Sekunden Ulti, vier Sekunden Ulti Und jetzt Ulti! Er stirbt, glaube ich. Oh nein, das war's! GG! Ergert mich zwar trotzdem verspricht, aber machst du nicht. Ja, sollen wir jetzt aufgeben oder sollen wir jetzt weiter ärgern? Wir werden jetzt sehen, was in 3 Sekunden passiert, ohne dass wir aufgeben. Ja gut, nicht 3 Sekunden. Oh, das Ding ist durch. Schade! Moeck, Moeck! Ja. Und kein Plausengewitzer. Oh, Leute. Jetzt hätten sie gut. Ah, schade. Nehmt euch ein Beispiel, macht es besser.